Der Narlist, ein O-Timer von Ephraim Kishon Neueinwanderer können im Allgemeinen tun, was sie wollen. Im ersten Jahr ihrer Ansässigkeit brauchen sie nicht einmal Einkommenssteuer zu zahlen. Manche unternehmungslustigen israelischen Bürger machen einen ganz anständigen Lebensunterhalt daraus, dass sie in bestimmten Zeitabständen das Land verlassen und als Neueinwanderer wiederkommen. Trotz dieser Vergünstigung gilt ein Neueinwanderer, der sich über nichts beklagt, entweder als Idiot oder als Großkapitalist. Das gesamte Großkapital ist hierzulande in jüdischen Händen, ein Umstand, der allseits heftigen Unwillen erregt. Auch die Lage der mittellosen Neueinwanderer, die sich seltsamerweise in der Überzahl befinden, ist keineswegs hoffnungslos. Es gibt Leute, die vor 20 Jahren mit einem einzigen Koffer ins Land gekommen sind, und heute besitzen sie diesen Koffer noch immer. Sie sind die sogenannten Oldtimer, die um ihre ideale Willen gelitten haben, als sie jung waren. Sie haben sich bis heute eine gesunde Feindseligkeit gegen alle jene bewahrt, die erst später gekommen sind und die, nach Meinung der Oldtimer, das reine Luxusleben führen. Zorn und Abscheu spiegelten sich in den Gesichtszügen jenes älteren Herrn, der mich eines Tages vor dem Eingang zum Kino anhielt. »Wohin so eilig, Josele?« Ich gestand ihm, dass ich mir eine Eintrittskarte fürs Kino gekauft hätte. »Eintrittskarte fürs Kino?« wiederholte er voll Verachtung. »In deinem Alter war ich froh, wenn ich mir eine Gurke zum Nachtmahl kaufen konnte, aber Kinokarten?« »Vor dreißig Jahren hat kein Mensch daran gedacht, ins Kino zu gehen. Damals sind hier noch die Trakkamele vorbeigezogen, und von den Boulevards konnte man aufs offene Meer hinaussehen.« »Interessant«, sagte ich, »aber jetzt muss ich nach Hause.« »Nach Hause?« Er nickte bitter. »Wir hatten kein Zuhause. Wir pflegten ein paar Schachteln und Konservenbüchsen übereinander zu schichten, verklebten das Ganze mit Packpapier, und das war unser Zuhause. »Hast du Möbel?« »Nicht der Rede wert.« Ich wurde vorsichtig. »Meistens sitzen wir auf Ziegelsteinen.« »Ziegelsteine!« »Von Ziegelsteinen wagten wir nicht einmal zu träumen. Wo hätten wir das Geld für Ziegelsteine hernehmen sollen?« »Ich weiß nicht«, gestand ich kleinlaut. »Um die Wahrheit zu sagen, ich habe die Ziegelsteine nicht gekauft, sondern von einem unbewachten Bauplatz gestohlen.« »Gestohlen!« Die Stimme des alten Herrn bebte vor Zorn. »Ich habe achtzehn Jahre lang hier gelebt, ehe ich es wagte, meinen ersten Ziegelstein zu stehlen. Wir hatten damals nicht einmal Sand, um darauf zu liegen. Trinkst du Wasser?« »Sehr selten. Vielleicht einmal die Woche?« »Einmal die Woche!« Er packte mich an den Schultern und schüttelte mich, als ob er mich mixen wollte. »Ist du dir klar darüber, Bürschchen, dass man seinerzeit in Jerusalem für wasserbares Geld zahlen musste?« »Die Zunge klebte uns am Gaumen, aber wir konnten unseren Durst nicht löschen. Wir hatten nicht einmal den lumpegen Piaster, Josele, um uns ein Glas Wasser zu kaufen.« »Ich heiße nicht Josele«, warf ich ein. »Und überhaupt, ich kenne sie nicht, mein Herr. Du kennst mich nicht«, brüllte mein Gesprächspartner. »Wenn wir in deinem Alter die Frechheit gehabt hätten, jemand dich zu kennen, hätte man uns windelweich geprügelt. Aber ihr jungen Grünstäbel von heute könnt euch natürlich alles erlauben.« Damit ließ er mich stehen und ging zornig seines Weges. Ich war niedergeschmettert. Der Boden schwankte unter meinen Füßen. Ich musste mich hinlegen. Ein Taxi überfuhr mich. Früher einmal mussten die Pioniere 18 bis 20 Jahre warten, bevor sie zum ersten Mal von einem Taxi überfahren wurden. Die Zeiten haben sich geändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017